Es wäre schön, wenn alle so hilfsbereit wären wie Sie, Lise. Wir müssen alle mit unserem Schärflein zum Krieg beitragen. Ja. Dr. Walter, Ihre Akten. Vielen Dank, Lise. Fick noch Kruger? Er ist völlig verdifull. Er ist sehr begeistert für dich. Wir sind nur Freunde. Ich hätte dir einen sov schönen Gave. Tror du mir, Lise, du hast es, Ida. Du hast es wirklich? Deine Zeit kommen noch. Das war's. Das war's.